Liebe Frau Dr. Kohl, auch seitens Unisurf nochmal ganz herzliche Glückwünsche zum Erhalt des Unisurf Forschungspreises 2021. An Ihrer Arbeit haben uns besonders die wichtigen Fortschritte im Bereich der praktischen Umsetzung der Mehrparteienberechnung sowie die hervorragende theoretische Fundierung der Ergebnisse fasziniert. Aus unserer Sicht ein exzellenter Fortschritt im Bereich der Kryptografie. Wir freuen uns auf den anstehenden Vortrag mit Ihnen bei uns und wünschen Ihnen viel Erfolg und alles Gute in Amsterdam. Hallo zusammen, mein Name ist Lisa Kohl und ich habe am KIT in Informatik promoviert. In meiner Dissertation habe ich mich unter anderem mit der Konstruktion von Protokollen zur sicheren Mehrparteienberechnung beschäftigt, bei denen die Parteien möglichst wenig miteinander kommunizieren müssen. Sicherere Mehrparteienberechnung erlaubt es zwei oder mehr Parteien gemeinsam eine Berechnung auf ihren privaten Eingaben durchzuführen, ohne diese Eingaben zu verraten. Als Anwendungsbeispiel kann man sich zum Beispiel einen Patienten vorstellen, der herausfinden möchte, was die für ihn individuell optimale Behandlung ist, ohne private Daten wie zum Beispiel seine DNA-Sequenz zu verraten. In meiner Studienzeit denke ich besonders gerne an Nachklausurfeiern und faule Sommertage am Akt zurück. Auch während meinem Studium war ich schon immer gerne im Ausland unterwegs, das erste Mal mit einem Austausch des KIT in Singapur. Während meiner Promotion war ich dann für einen 8-hundertigen Forschungsaufenthalt am IDC Herz 4 in Israel und bin auch nach Abschluss meiner Promotion nach Israel zurückgekehrt, diesmal für einen Postdoc am Technion. Ich bin in der Forschung geblieben und arbeite mittlerweile am CWI, einem Forschungszentrum für Mathematik und Informatik im wunderschönen Amsterdam. Das Thema der sicheren Mehrparteienberechnung liegt mir immer noch sehr am Herzen. Insbesondere forsche ich zu Protokollen, die auch von einem potenziellen Quantencomputer nicht gebrochen werden können. Meine Forschung ist mir wichtig, weil sie zum Ziel hat, Menschen zu ermöglichen, die Errungenschaften unserer Zeit zu nutzen, ohne dabei auf ihre Privatsphäre zu verzichten und weil sie mir immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Ich freue mich sehr über den Preis, ganz besonders, weil ich hier ein bisschen die Möglichkeit hatte, Werbung zu machen für Kryptografie und für sichere Mehrparteienberechnung. Vielen, vielen Dank ans KIT, an UNICEF und alle, die mir diesen Preis ermöglicht haben. Ganz besonders natürlich meine wunderbaren Betreuer, Dennis Hofheinz und Ileth Beul vom IDC Herzlier. Dankeschön.